Ab sofort ist dieses zu mietende 4-Zimmer-Einfamilienhaus bezugsfrei. Das vollständig renovierte Einfamilienhaus befindet sich in Potsdam-Jäger-Vorstadt. 1863 wurde dieses Ein-Etagen-Haus erbaut. Das Objekt verfügt über zwei Außenparkplätze. Es hat drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette und eine Einbauküche. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 575 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von 143 Quadratmetern. Die monatliche Gesamtmiete des Hauses beträgt 2.759 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017